Einen schönen Sonntag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressestunde. Eigentlich gab es in den letzten Jahren kaum eine Zeit, in der die Urthemen der Sozialdemokratie, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Bildung, derart augenscheinlich im Mittelpunkt des politischen Interesses standen. Noch dazu leidet Österreich an der höchsten Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik. Soziale Schieflagen werden in den nächsten Monaten wohl nicht weniger, eher mehr werden. Und dennoch findet die SPÖ nicht und nicht in ihrer Oppositionsrolle und ist dauerhaft mit sich selbst beschäftigt. Warum das so ist, das werden wir in der nächsten Stunde mit SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner besprechen. Frau Rendi-Wagner, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Morgen. Andreas Koller, er ist stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Auch Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Sie werden mit mir die Fragen in der nächsten Stunde stellen. Schönen Sonntag. Ja, und wie Sie sehen, meine Damen und Herren, sitzen wir jetzt wieder gemeinsam in einem Studio, Interviewer und Interviewte. Das ist das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Krise. Wir freuen uns darüber. Frau Rendi-Wagner, seit Sie SPÖ-Chefin sind, gibt es einen Teil Ihrer Parteifreunde, die Sie torpetieren. Sie haben eine Mitgliederbefragung ausgerufen. Sie haben da einen doch sehr beachtlichen Erfolg erzielt. Doppelt so viele wie sonst an solchen Befragungen haben teilgenommen. 70 Prozent der Basis hat Ihnen das Vertrauen ausgesprochen. Und dann gibt es ein paar Parteifreunde, die wieder nichts Besseres zu tun haben, als die Rechtmäßigkeit dieser Befragung infrage zu stellen. Das ist ja, also das ist doch schon ein unglaubliches, also kein Vertrauen, das Ihnen da ausgesprochen wird. Und höflich formuliert, muss man ja sagen, ein derartiger Intrigantenstadel, wie man ihn in der SPÖ derzeit sieht, den hat man selten in einer Partei erlebt. Da kann man eigentlich ja nur noch die Frage stellen, warum tun Sie sich das an? Ja, lassen Sie mich zuerst, Frau Dannhauser, es ist Ihr Muttertag, mich bedanken bei allen Müttern in Österreich. Ich bin ja selbst Mutter, möchte das gleich vorwegstellen, weil die Corona-Krise ja vor allem die Mütter und die Frauen in Österreich auch sehr in Anspruch genommen hat. Und daher können vielleicht auch darauf noch in dieser Stunde eingehen. Aber daher ein umso größeres Danke zu diesem Muttertag an alle Frauen und an die Mütter vor allem in Österreich. Zu Ihrer Frage ist mir ganz wichtig zu sagen, das war und ist ein großartiges Ergebnis. Das ist ein großartiges Vertrauensvotum, dass uns Zehntausende und es waren sehr, sehr viele Mitglieder, Sie haben es gerade gesagt, uns ausgesprochen haben. Und ich sage ganz bewusst uns, nicht nur mir als Vorsitzende, das war die Vertrauensfrage, die war auch gut, über 70 Prozent, aber uns als Partei, uns als politische Bewegung. Das stärkt und das ist ein Auftrag. Warum ich mir das antue, trotzdem oder dennoch, ich glaube, das sollte allen, die auch hier sitzen und darüber hinaus schon aufgefallen sein, dass ich grundsätzlich eine Kämpferin bin, dass ich nicht leicht aufgebe, dass ich stehen bleibe, wenn ich das Gefühl habe, dass der Wind ein bisschen stärker wird, dem entgegenkommt, solange ich überzeugt bin, dass der Weg notwendig und richtig ist zu gehen und dass es viel zu tun ist. Also da bin ich leidenschaftlich, muss ich sagen und diesen Weg gehe ich auch leidenschaftlich weiter und umso gestärkter mit einem Mitgliedervotum dieser Größenordnung, das es hat in der Geschichte der SPÖ so noch nicht gegeben. Aber wie ich es mir erkläre, das war Ihre Frage, was hier los ist. Ich kann nur sagen, auch wieder persönlich auf mich bezogen. Ich habe mein Streben in meinem beruflichen Weg immer so angelegt, dass ich es Richtung Positives gelenkt habe, immer versucht habe, konstruktiv, positiv meine Handlungen, Entscheidungen zu setzen. Jetzt gibt es offenbar einige wenige Ja in der SPÖ, die nicht erst seit ein paar Tagen, nicht erst seit dem Donnerstag dieser Woche, sondern offenbar schon seit einigen Jahren ihr Streben, ihr Handeln, ihr politisches Handeln so auslegen, dass es eher destruktiv ist, eher Richtung negativ ist. Für mich nicht verständlich. Aber die gute Nachricht, die mich doch zuversichtlich stimmt, ist, dass es im Gegensatz zur großen Mehrheit der SPÖ-Funktionärinnen und Funktionäre eine kleine Gruppe ist, einige wenige, die so sind. Und deswegen, wenn Sie immer sagen, die SPÖ, diese Menschen, die Sie hier ansprechen, die sind nicht die SPÖ. Die SPÖ sind die große Mehrheit der tausenden Funktionärinnen, die tagtäglich rennen, kämpfen und arbeiten für eine starke Sozialdemokratie und für mehr soziale Gerechtigkeit in Österreich. Darf ich kurz einhaken? Sie sagen, es ist eine kleine Gruppe, die sozusagen da intrigiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Sie haben 71 Prozent bekommen, aber das heißt ja, dass 29 Prozent gegen Sie gestimmt haben. Ich meine, das ist dann, ist das wirklich so ein tolles Ergebnis, wie Sie es behaupten, weil, ich meine, Sie sind ja ohne Gegenkandidat, ohne Gegenkandidatin angetreten. Und das ist für mich, 71 Prozent ist nicht so ein tolles Ergebnis. Naja, Herr Koller, das kann man ja oder muss man ja anders beurteilen, als jetzt ein Funktionärsvotum auf einen Parteitag. Das hat 2018 im November stattgefunden. Da haben Sie 100 Prozent bekommen. Knapp 97 Prozent am Parteitag. Ein sehr, sehr hohes Ergebnis. Das ist das formale Prozedere, wie Parteivorsitzende in Österreich in der SPÖ derzeit und bisher gewählt wurden. Und additiv dazu, also zusätzlich zu dem, habe ich die Unterstützung und die Bestätigung von fast 50.000 Parteimitgliedern. Das ist nicht selbstverständlich und das ist ein Auftrag für mich. Aber wie überzeugen Sie die, die Sie nicht gewählt haben? Die anderen haben Sie ja sowieso schon überzeugt. Aber die 29 Prozent ist nicht so wenig. Wie überzeugen Sie die? Naja, ich nehme mal, wir haben ja ein Abstimmungsvotum. Ein Abstimmungsvotum auch zu inhaltlichen Fragen. Und das Ergebnis dieser Mitgliederbefragung ist eine Stärkung einerseits. Und diese Stärke haben wir alle mitzunehmen. Alle die Verantwortung tragen in der SPÖ, nicht nur ich alleine. Das ist das eine. Und es ist ein Auftrag. Es ist ein Auftrag auch, sich für die Themen, die die Mitglieder hier ausgesucht haben, und das waren ja auch ein paar mehr, die sich dazu geäußert haben, diese Themen auf die politische Tagesordnung ganz oben zu setzen. Stärkung des Sozialstaates, des öffentlichen Gesundheitssystems, Gegenprivatisierung, Stärkung des öffentlichen Pflegesystems und ganz wichtigen Zeiten wie diesen, Corona, die Verteilungsgerechtigkeit. Wer zahlt die Steuern, wer zahlt die Kosten der Krise? Dazu kommen wir nachher noch. Gehen wir es vielleicht ein bisschen noch systematischer an, was mich schon interessieren würde. Ihre Kritiker, die treten teilweise öffentlich auf, teilweise treten sie nicht öffentlich auf. Aber das Misstrauen, das da jetzt gesät wurde mit dem Anzweifeln des Ergebnisses. Sie mussten damit den Präsidenten der Notariatskammer ausrücken, um zu beweisen, dass das doch rechtlich vonstatten gegangen ist. Das ist doch schon wirklich unglaublich. Gibt es da eigentlich keine Konsequenzen in Ihrer Partei? Der Wahlkommissionsleiter Kopitz, der ist ja auch ein lang gedienter SPÖ-Politiker, der das so quasi überwacht hat, der sagt, manche brauchen da einen Psychiater. Aber ist das nicht so, dass man, also das grenzt ja teilweise an parteischädigendes Verhalten. Wollen Sie da nicht irgendwie auch dagegen vorgehen? Ja, da haben Sie völlig recht, dass sich diese Gruppe eindeutig auch gegen das Votum der Mitglieder gestellt hat mit ihrem Verhalten. Weil das natürlich nichts ist, was die Partei in Einigkeit und Zusammenhalt weiterbringt, was uns politische Stärke verleiht in unserer täglichen politischen Arbeit, die jetzt gerade in Corona-Zeiten und danach wichtiger ist denn je politisch. Ich hoffe, wir kommen auf diese Themen noch, weil das ist das, was die Zuschauer, glaube ich, mehr interessiert, als wieder politische Interner der Sozialdemokratie zu diskutieren. Aber ja, das ist für uns alle in der Sozialdemokratie wichtig, dass wir nicht nur oder dass die nicht täglich unseren Alltag, unseren politischen bestimmen, weil das tut uns allen nicht gut. Keinem Landesparteivorsitzenden, keiner Bundesparteivorsitzenden, auch keiner Vorsitzenden anderer Organisationen in der Sozialdemokratie. Und wir haben uns gemeinsam am Mittwoch im Vorstand in großer Einigkeit darüber verstanden, wann, wenn nicht jetzt, müssen wir einig sein. Wir stehen vor wichtigen Wahlen, Stichwort Wien, aber auch die Steiermark-Wahl natürlich eine wichtige Wahl. Wir stehen vor einer der größten sozialen und wirtschaftlichen Krisen unseres Landes. Da braucht es eine starke Sozialdemokratie, weil keine andere politische Fraktion dieses Landes steht so ehrlich und so glaubwürdig für soziale Gerechtigkeit. Aber genau das war ja nicht der Fall. Genau. Und wir sind gestärkt. Also wann, wenn nicht jetzt. Und das muss unser gemeinsamer Auftrag sein, dafür zu sorgen, dass wir unseren politischen Weg zu den Inhalten, weil wir uns eben diesen politisch-inhaltlichen Fragen gerade jetzt so sehr widmen müssen. Das ist ein Auftrag für die Partei, aber kein Selbstzweck, natürlich für die Menschen in Österreich. Aber ich bin ja ganz mal inne, wenn Sie sagen, man muss sich den inhaltlichen Fragen widmen. Aber wir müssen schon noch kurz bei der SPÖ bleiben. Denn ich frage mich, oder ich frage Sie, fühlen Sie sich genug unterstützt, wenn gestern der Wiener Bürgermeister eben schon als August in Ö1 dem kein klares Ja über die Lippen kommt zur Frage, ob Sie die nächste Kanzlerkandidatin sein werden oder ob Sie ihn im Wiener Wahlkampf unterstützen werden. Oder wenn der Herr Doskozil noch am Tag, bevor das Abstimmungsergebnis bekannt wird, sagt, dass ihn bestimmte Inhalte da gar nicht interessieren. Und das sind ja die mächtigsten Mitstreiter, die Sie haben. Das ist ja keine wirkliche Unterstützung. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir uns wirklich einig waren am Mittwoch dieser Woche, dass wir geeint herausgehen aus diesem Vorstand, geeint auch in den Wiener Wahlkampf, in den steirischen Gemeinderatswahlkampf, dass die Einigkeit notwendig ist, um politische Stärke in einem Wahlkampf zu haben. Du brauchst diese Einigkeit, um zu siegen. Und nichts anderes haben wahrscheinlich den zeitlichen Prozess der Parteigremien in der Partei gemeint, weil Sie wissen, dass nächstes Jahr, das ist statutarisch vorgesehen, ein Parteitag stattfindet alle drei Jahre, das ist nichts Ungewöhnliches. Die nächste Wahl ist in vier Jahren. Das heißt, nächstes Jahr haben wir mal einen Parteitag. Da muss einmal die Vorsitzende oder der Vorsitzende bestätigt werden oder gewählt werden. Und vor jeder Wahl gibt es auch einen Parteirat. Und das nichts anderes haben wahrscheinlich der Bürgermeister und andere, die gefragt wurden, gemeint, diese, sagen wir, formalen Gremien müssen durchlaufen werden. Erst dann wissen wir, wen die Funktionärinnen und Funktionäre. Aber mein Ziel persönlich, mein Ziel ist es. Sie treten an. Ich sitze mit Leidenschaft vor Ihnen hier und mit großer Überzeugung, dass viel zu tun ist und dass die SPÖ eine große Aufgabe hat. Und im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass die Sozialdemokratie wieder nach oben kommen wird und muss, weil wir die richtigen Antworten haben, gerade in dieser Zeit, grundsätzlich, aber gerade in dieser Zeit, weil wir die Partei sind, die glaubwürdig und ehrlich die Solidarität, nicht nur leben, sondern auch politisch umsetzen, Chancen, Sicherheit, soziale Sicherheit in unserem Programm haben, das hat keine andere politische Kraft. Zu den Antworten auf die Krise kommen wir noch. Ich möchte nur noch einmal zu dem Thema SPÖ noch nachfragen. Was ist denn da Ihre oder oder ist denn nicht die Schmerzgrenze für Sie und auch die Partei erreicht? Dass man mal sagen muss, man muss aus dem herauskommen. Sie plädieren für Einigkeit und kurz später gehen wieder welche hinaus, gehen an die Medien und sagen, da war irgendwas oder das kann nicht richtig sein. Also ich beobachte die Innenpolitik schon seit Längerem. Derartige Vorgänge gab es früher einmal in der ÖVP. Also da sind die Hakeln auch immer sehr tief geflogen. Das hat sich eigentlich wirklich grundlegend erst geändert, als es für den Parteichef, in diesem Fall für Sebastian Kurz, auch weitreichenderer Kompetenzen gegeben hat. Und natürlich hängt es auch immer mit guten Umfragen zusammen. Aber konkret gefragt, wollen Sie sich von Ihrer Partei mehr Kompetenzen geben lassen, um da mehr Spielraum zu haben und auch gegen Ihre Kritiker besser auftreten zu können? Das war eine lange Frage, da war viel verpackt. Grundsätzlich ja, Sie haben recht, das sind einige wenige. Ich möchte jetzt wirklich sagen, das ist nicht die Sozialdemokratie. Das gibt es tausende Funktionärinnen und Funktionäre, die ihre Arbeit ganz anders und ehrlich anlegen und die auch viel leisten und die rennen. Hunderttausende Mitglieder, wie wir wissen, die hochpolitisch interessiert sind. Aber was da passiert, passiert im Hintergrund oft und das auch am Donnerstag unter dem Deckmantel der Anonymität. Das ist ja auch nicht wirklich fair. Und ich denke mir auch, dasselbe ist ja vor Weihnachten, im Dezember passiert, dass das falsche Gerücht über meinen Rücktritt von einer sehr ähnlichen oder gleichen Gruppe gestreut wurde. Und da hoffe ich mir auch eines, Frau Dannhauser, dass nämlich auch die Medien und die Journalisten ein bisschen sensibler werden, wenn genau diese Gruppe von Leuten in der SPÖ ihnen wiederholt immer Nachrichten schicken und irgendwelche Gerüchte mitteilen, wie sie dann damit umgehen mit diesen Gerüchten. Weil wir haben jetzt zu wiederholten Male gesehen, dass die alle falsch sind. Das ist mir also ganz wichtig noch zu sagen. Aber Sie wissen ja, wer diese Leute sind nämlich an. Naja, da passiert viel im Hintergrund, da passiert viel in Hinterstübchen unter dem Deckmantel der Anonymität, aber natürlich ist vielen in unserer Partei nicht unbekannt. Weil die Frage ist ja wirklich, ob sie nicht an Parteischädigen das Verhalten grenzen, wo sie dann Konsequenzen ziehen könnten. Also bis hin zum Parteiausschluss. Es gibt viele Fragen, mit denen ich mich befassen werde. Allen voran, wie wir und Österreich aus dieser sozialen und größten wirtschaftlichen Krise unbeschadet, möglichst unbeschadet, weil beschädigt sind wir schon, herauskommen. Das ist sicher die, die jeder Landesparteivorsitzende und Verantwortliche in der SPÖ als dringendste Frage für sich sieht. Aber ja, auch dieser Frage werden wir uns stellen müssen. Und zwar jeder. Weil diese Gruppe tut uns, gesamt, der Sozialdemokratie nicht gut. Da geht es ja nicht nur um die Bundespartei. Wir haben ja nicht neun oder zehn Firmen in der SPÖ, also neun Bundesländer und eine Bundespartei und vielleicht noch Organisationen. Wir sind die österreichische Sozialdemokratie. Aber wenn Sie sagen, diese 71 Prozent waren Erfolg und man kann das ja wirklich so sehen und es haben immerhin 40 Prozent teilgenommen, das ist ja sehr, sehr viel. Was fangen Sie jetzt an mit diesem Vertrauensvotum? Gehen Sie in den Parteivorstand und sagen Sie, ich möchte eine Generalvollmacht, ich möchte so wie der Herr Kurz bei den Landeslisten für den Nationalratswahl mitreden können oder ist das nicht auf Ihrer Agenda? Das ist was sehr Strukturelles, was Sie hier vorschlagen, Herr Koller, bei dieser Mitgliederbefragung ist es mir nicht um Strukturelles gegangen. Es ist mir an allererster Stelle um das Vertrauen der Mitglieder gegangen, das Vertrauen der Basis in uns als politische Kraft. Das haben wir bekommen in hohem Maße. Und zweitens geht es um Inhalte. Und die Inhalte habe ich vorhin schon erwähnt. Wir sehen das hohe Interesse wirklich politisch inhaltlich mitzureden. Das sind die drei Botschaften der Mitglieder. Wir wollen mitbestimmen, wir wollen, dass Rendi Wagner Parteivorsitzende bleibt und wir wollen Einigkeit und Zusammenhalt in der Partei. Und wir alle haben uns diesem Mitgliedervotum zu stellen. Und im Übrigen können wir jetzt noch, glaube ich, vier Stunden über die SPÖ reden. Ich gebe Ihnen recht, da gäbe es viel zu besprechen. Ich könnte auch ein Buch darüber schreiben, wahrscheinlich jeder von uns. Ich glaube nur, die Welt und die Zustände und die Herausforderungen, die wir haben und die Zuseher sind an anderen Dingen interessiert. Eine Frage hätte ich aber noch, weil Sie gesagt haben, Sie kennen natürlich die Leute, die falsche Gerüchte immer wieder verbreiten. Teilweise, ja. Haben Sie Kontakt mit Ihnen? Haben Sie mit Ihnen ins Gewissen geredet? Oder ich meine, wie kann man sich das vorstellen? Oder lassen Sie das einfach über sich ergehen? Nein, wir sind alle im Gespräch. Da gibt es ständig Gespräche und zwar nicht nur vor der Kamera, sondern natürlich vielfach auch hinter den Kameras, in den Gremien. Aber dort sollten die Gespräche auch bleiben. Sie wissen, dass es nicht so gut ist. Aber auch mit 20 Prozent werden Sie keine Wahl gewinnen. Also, es gibt auch Umfragen mit 20 Prozent. Aber auch mit 20 Prozent werden Sie keine Wahl gewinnen. Die Umfragen sind ein Thema, sind kein österreichisches Phänomen zu Corona-Zeiten. Das ist eine Krise einer Dimension, die hat es wahrscheinlich 100 Jahre in der Form nicht gegeben. Und weltweit sehen wir, in allen Ländern, dass von Krisen vor allem die Regierenden profitieren, weil der Scheinwerfer, der mediale Scheinwerfer die Aufmerksamkeit auf die Regierenden gerichtet ist. Und allein die Zahl der Pressekonferenzen in diesen letzten zweieinhalb Monaten der Regierenden, ich glaube das sind 60 oder 70 an der Zahl, muss ich jetzt nicht weiter kommentieren, zeigt hier schon, wie stark der Scheinwerfer dort drauf ist. Da leidet die SPÖ und die Opposition in allen Ländern natürlich gewissermaßen darunter. Aber dürfen wir uns beirren lassen? Nein. Weil wir jetzt natürlich auch in eine neue Phase der Krise kommen. Die Akutphase ist vorbei. Sie haben ganz recht. Die Akutphase ist eine, wo die Opposition natürlich rasches Handeln, Krisenhandeln ermöglichen muss und vieles mittragen muss und jetzt nicht die Oppositionspolitik machen kann, die sie vielleicht möchte. Aber jetzt ist es vorbei. Der Krisenmodus muss abgeschaltet werden bis zu einem gewissen Grad. Die demokratische Normalität muss wieder Einzug halten. Und jetzt zeigt sich vor allem auch eines, was nämlich die Regierung in den letzten Wochen schon, nämlich in der Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Corona alles verabsäumt hat. Und aus meiner Sicht hat die Regierung hier wirklich Großes verabsäumt. Ja, was? Also sie hat in erster Linie verabsäumt, dass es zu einer Unterstützung der Betriebe kommt, der kleinen und mittleren Unternehmen. Indem sie das Erste, was sie gemacht hat im März zu Beginn des Shutdowns, aus dem Epidemie-Gesetz einen Paragrafen gestrichen hat, der die Entschädigungsleistung für Unternehmen betrifft, im Falle einer Gesundheitskrise. Das heißt, die Regierung hat als erstes dafür Sorge getragen, dass die Unternehmen nicht entschädigt werden für die Gewinnentgänge, die durch die Betretungsverbote verursachen. Aber es wurde alles mitgetragen von der Sozialdemokratie. Das ist alles einstimmig. Wir haben darauf hingewiesen. Es haben alle einstimmig zugestimmt. Sie wissen genau, wie die Situation war. Das ist die Akutphase. Die ist jetzt vorbei. Und in der Akutphase ging es um Leben und Tod. Da ging es darum, ob man Österreicher auf Situationen Richtung Italien hinsteuert oder eben mit einem klaren Shutdown, der rasches Handeln benötigt, vor einem sozusagen Katastrophenszenarien in den wiener oder österreichischen Spitälern bewahrt. Das ist uns gelungen, weil wir gesagt haben, es ist notwendig. Die Regierung hat hier Sammelpakete auf den Tisch gelegt. Sie wissen Covid-1-Paket, Covid-2-Paket. Es war uns gar nicht möglich zu sagen, zu dem stimmen wir nicht so und zu dem schon. Weil die Regierung gesagt hat, wir brauchen das in aller Kürze. Das Parlament hat quasi alle drei, vier Tage getagt, weil so schnell die Notwendigkeit war von Ermächtigungen für die Regierenden. Wir haben das mitgetragen. Aber wir haben immer darauf hingewiesen, auch Abänderungsanträge eingebracht, dass eines nicht passieren darf, dass man die Betriebe, die Unternehmen in dieser Phase nicht allein lassen darf. Und das ist leider passiert. Es ist auch passiert durch das Streichen des Epidemiegesetzes. Und bis heute ist es dazu gekommen, dass eine Massenarbeitslosigkeit allein in diesen ersten Wochen der Covid-Krise in Österreich passiert ist. 200.000 Arbeitslose zusätzlich haben eine Rekordarbeitslosigkeit verhindert. In Deutschland ist das nicht so gewesen. Glauben Sie, man hätte das wirklich verhindern können, indem das eine Gesetz anders beschlossen worden wäre und wir hätten mit einem Schlag diese Arbeitslose nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich sage Ihnen, in Deutschland ist es genau anders gelaufen. Weil in Deutschland dauert zum Beispiel aus dem Härtefonds die Auszahlung an die Klein- und Mittelbetriebe 48 Stunden. Unbürokratisch, schnell und doppelt bis dreimal so hoch. In Österreich ist es zu spät, zu langsam. Zu bürokratisch und zu wenig. Wir haben ungefähr die Hälfte der Zahlungen an Klein- und Mittelbetriebe. Es dauert bis zu fünf Wochen und es ist hochbürokratisch, weil die ÖVP das über ihren Freund Harald Mahrer in der Wirtschaftskammer abwickeln wollte. Und nicht wie in Deutschland unbürokratisch über das Finanzamt mit einer Steuernummer einfach einreichbar. Das ist eine große Verunsicherung in den ersten Wochen, Tagen für die Wirtschaft gewesen. Was passiert, wenn Unsicherheit herrscht in der Wirtschaft? Im Reflex wurde entlassen. Und wir haben 200.000 zusätzliche Corona-Arbeitslose. In Deutschland war es ein Fünftel. Ein Fünftel so hoch. Und übrigens Gesamtarbeitslosigkeit auch nur halb so hoch in Deutschland. Aber jetzt sind ja diese Bausch und Bogenbeschlüsse im Parlament vorbei. Sie haben gesagt, Sie wollen, dass die Unternehmen für all das, was durch diesen Lockdown passiert ist, entschädigt werden. Das könnte man ja theoretisch im Nachhinein jetzt auch noch beschließen und rückwirkend machen. Aber kann sich das der Staat leisten? Das müssten ja Unsummen sein. Ja, wir bringen auch bei jeder Sitzung, Frau Dannhauser, im Parlament diesen Antrag immer wieder erneut ein. Und wir werden ihn auch morgen im Verfassungsausschuss, der morgen Tag, dem Parlament erneut einbringen, weil das Epidemiegesetz dort debattiert und diskutiert und behandelt wird. Die Regierung blockiert. Die Regierung blockiert da. Und der große Schaden ist ja schon angerichtet. Die Massenarbeitslosigkeit ist in den ersten Tagen des Shutdowns passiert. Und was jetzt passieren müsste, sind rasche, stabilisierende Konjunkturimpulse. Das größte Konjunkturpaket der Geschichte der Zweiten Republik wäre notwendig in dieser Situation, um die Wirtschaft zu stützen, um die Unternehmen zu schützen und Arbeitsplätze zu schaffen beziehungsweise die, die es gibt, noch zu behalten und nicht zu riskieren, dass die eine Million Kurzarbeit-Gemeldeten jetzt in Folge auch in die Arbeitslosigkeit rutschen. Aber pardon, ich meine, ist es nicht ein bisschen billig, also billig, aber jetzt nur im übertragenen Wort Sinn, weil es um viel Geld geht, dass man einfach sagt, die Regierung hat zwar jetzt 38 Milliarden oder mehr in die Hand genommen, aber das ist immer noch zu wenig und wir fordern jetzt noch mehr. Ich meine, das kann ich ja leicht fordern, aber die Frage ist ja, wie soll das finanziert werden? Also erstens sage ich Ihnen, haben wir immer gesagt, die Regierung hat übrigens mit vier Milliarden begonnen, und am Anfang, da war allen klar, dass das jeden Wirtschaftsforscher war das klar. Das ist ja, woher? Deutschland liegt umgerechnet mit dem Faktor 10 bei 65 Milliarden, wir liegen bei 38 Milliarden. Also Deutschland hat wesentlich mehr Geld als Wirtschaftshilfe und Stützung der Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt für die Corona-Krise. Also man sieht, es ist notwendig. Und warum ist das sinnvoll und notwendig? Weil die Folgekosten, wenn man nicht schnell hilft, weitaus größere sind. Die sozialen, die volkswirtschaftlichen Kosten sind weitaus höhere. Eine Massenarbeitslosigkeit, die sich nicht rasch einfangen lässt und zusätzlich noch wächst, heißt ja weniger Steuereinnahmen, die hohe Arbeitslosigkeit. Heißt, die Leute können auch weniger im Konsum beitragen. Das heißt, die Wirtschaft wird immer mehr geschädigt. Es gibt noch mehr Arbeitslose und das ist eine gefährliche Spirale, die nach unten geht. Und da fällt mir ein Satz von unserem Bruno Kreisky ein. Ich glaube, der nicht treffender passen könnte zu dieser Zeit. Der gesagt hat, ein paar Milliarden Schulden bereiten mir weniger schlaflose Nächte als 100.000 Arbeitslose. Und er hatte Recht. Schnell helfen heißt besser. Aber das sagt ja mittlerweile ja sogar schon die ÖVP. Also, dass quasi die Staatsschulden jetzt nur zweitrangig sind. Aber 38 Milliarden, das ist ja fast ein halbes Jahresbudget. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das ist ja nicht zu wenig. Und da stellt sich ja wirklich die Frage, wie ist das langfristig und mittelfristig finanzierbar? Völlig richtig, Herr Koller. Das ist die zentrale politische Frage, die man jetzt politisch behandeln muss und die man auch rasch beantworten muss. Und das ist die zentrale Frage, wer zahlt die Kosten der Krise, wer zahlt die Zeche? Sozusagen um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ein bisschen umgangssprachlich. Und es kann ja nicht sein, dass das die arbeitenden Menschen sind. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt die Heldinnen und Helden unseres Alltags sind, die in jeder Pressekonferenz von der Regierung beklatscht werden. Vom Klatschen kann sich keiner dieser arbeitenden Menschen ihr Leben leisten. Da braucht es mehr. Es kann nicht sein, die arbeitenden Menschen, die jetzt schon 80 Prozent des gesamten Steueraufkommens finanzieren. Da müssen wir über neue Verteilungsgerechtigkeit nachdenken. Und wenn ich da jetzt darauf kommen darf und sagen kann, wer sind die großen Profiteure von Corona, auch die hat es gegeben. Es hat nicht nur Verlierer gegeben, das sind es in erster Linie die internationalen Online-Konzerne, Amazon zum Beispiel, die zweistellige zusätzliche Milliardengewinne in den Corona-Wochen gemacht haben und keinen Cent Steuern zu haben. Aber wie wollen Sie die besteuern? 0,07 Prozent Steuern in Europa. Sie wissen, dass wir das schon lange verlangen, aber der österreichische Finanzminister kann das ja nicht tun so einfach. Das ist, wenn man den formalen Weg geht der digitalen europäischen Besteuerung. Da haben Sie völlig recht. Ich bin auch der Überzeugung. So lange kann man nicht warten, dass das auf europäischer Ebene mit den digitalen Betriebsstätten national und dergleichen umgesetzt wird. Daher sind wir der Auffassung, dass das schneller gehen muss, zum Beispiel im Rahmen einer Corona-Solidar-Abgabe, die diese Online-Konzerne leisten in der Höhe von 10 Prozent ihres Jahresumsatzes. Da wissen wir ungefähr von Amazon, also aus Medienberichten weiß ich das, bin da sonst nicht so eingeweiht, 700 Millionen Umsatz im Jahr ungefähr hat. Ich glaube, zu Corona waren es mehr. Also das sind dann zehn Prozent davon, immerhin 70 Millionen wahrscheinlich mehr, die man allein von Amazon als Solidarbeitrag zum Beispiel für die nächsten Jahre, für den Wiederaufbau nach dieser Krise bekommt. Und dasselbe gilt, wenn ich sage breitere Schultern, sollten größere Lasten beim Wiederaufbau nach dieser Krise tragen. Dann sind das natürlich auch die Millionenvermögen, die hier einen größeren, beziehungsweise einen Beitrag leisten sollen im Sinne einer Millionärsabgabe und einer Erbschaftssteuer und natürlich auch Kapital, also Finanztransaktionen, Aktien. Aber wie stellen Sie sich bei Amazon das zum Beispiel konkret vor? Soll der Finanzminister, soll der Bundeskanzler da mit den Amazon-Chefs verhandeln und sagen, wir wollen das, also wird er vielleicht wenig bekommen? Oder soll das eine europäische Initiative werden? Soll das mehrere Länder gleichzeitig machen? Ich erkläre Ihnen gleich das technische Prozedere dazu, wie ich mir das vorstelle. Aber was nicht sein kann, ist keine klaren Worte dazu zu finden. Ich höre seitens der Regierung, seitens des Finanzministers nichts, kein Wort dazu, wie die Krisenkosten, und Herr Koller, Sie haben es mit Recht ja als zentrale Frage angesprochen, wie die Krisenkosten, und sie werden enorm sein. Das haben wir Jahrzehnte als Republik nicht gesehen, so eine Summe, wer und wie das bezahlt und finanziert werden soll. Und da erwarte ich mir klare Worte seitens der Regierung, die bis jetzt nicht getroffen wurden. Und wenn der Herr Vizekanzler Kogler vor einer Woche, es war glaube ich am Sonntag oder am Wochenende, vor einer Woche im Fernsehen oder im Radio gesagt hat, ja man kann schon irgendwann einmal über Millionärsabgaben diskutieren, aber frühestens jetzt einmal nicht, weil vielleicht in zwei, drei Jahren. Dann sage ich sicher nicht in zwei, drei Jahren. Wir haben jetzt die großen Ausgaben, wir müssen jetzt darüber diskutieren. Wir können das nicht auf eine lange Bank von zwei, drei Jahren schieben. Diese Zeit haben wir nicht. Technisch abgewickelt wäre es so, dass ja natürlich der Finanzminister, so wie er die digitale Werbeabgabe von Online-Konzernen, Online-Werbeabgabe glaube ich nennt sich das, das hat die ÖVP unter Schwarz-Blau eingeführt, vor glaube ich eineinhalb Jahren, so im selben Wege und auf derselben Basis an die Online-Konzerne herantritt. Und auf Basis ihres Umsatzes dann berechnet eine Solidarabgabe, die im Sinne oder im Wege ähnlicher Konstruktionen wie diese Abgabe dann eingehoben wird. Das muss der Finanzminister organisieren, möglich ist es. Darf ich nochmal zurück zur Vermögensteuer. Die Wirtschaft leidet ja ganz furchtbar unter der jetzigen Krise. Wie wollen Sie die Vermögensteuer aufsetzen, dass die Wirtschaft nicht noch mehr unter Druck kommt? Denn die großen Vermögen sind ja oft in Wirtschaftsanteilen verpackt. Die reichen Leute haben keinen Geldspeicher zu Hause, wo man zehn Prozent rausnehmen könnte. Also wie wollen Sie das aufstellen, dass es nicht nur eine Mittelstandsteuer wird, dass einer, der ein Häuschen hat, halt dann Steuern zahlt, aber der Millionär dann immer noch nicht? Nein, Herr Koller, ich bin dankbar, dass Sie diese Frage stellen, weil es mir die Möglichkeit gibt, das zu konkretisieren. Einmal das kleine Häuschen wird davon nicht betroffen sein. Oder das größere Häuschen schon. Das große Haus vielleicht aber in sehr geringer Masse. Weil Sie wissen, das wäre in einer Form von 0,5 Prozent Besteuerung für nur das Vermögen, das über einer Million liegt. Alles, was an Vermögen unter einer Million ist oder auch an Erbschaften unter einer Million, ist komplett steuerfrei und würde nicht besteuert werden. Damit kann das gar nicht passieren, was Sie gesagt haben. Das heißt, der Mittelstand wäre da zum großen Teil nicht betroffen, sondern nur große Vermögen. Und im Übrigen haben wir einen Vorschlag vorgelegt, der sehr wohl darauf Rücksicht nimmt, dass Firmen, die zum Beispiel jetzt operativ das alles in Firmenvermögen angelegt haben, sehr wohl ausgenommen haben und hier Ausnahmeregeln haben. Es kann ja nicht sein, dass wir eine Regel machen, die dann noch arbeitsplatzgefährdend ist, indem Betriebe gefährdet werden. Dann wird aber nicht zu viel überbleiben natürlich. Doch, da gibt es eine Berechnung des Finanzministeriums. Das ist jetzt nicht meine persönliche und auch keine SPÖ-Berechnung. Eine offizielle, die auch auf der offiziellen Website des Finanzministers ablesbar ist. Da gibt es eine Berechnung, dass das um die zwei Milliarden Euro zusätzlich für den Steuertopf abwirft. Und ich sage, wir können in dieser Zeit auf nichts, nichts verzichten. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir den sozialen Ausgleich, die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Weil Corona hat uns ja eines gezeigt. Uns allen, wie verletzbar wir als Einzelne sind und wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und wie sehr wir einen starken Sozialstaat brauchen. Ein gutes Gesundheitssystem und vor allem Existenzsicherung, Daseinsvorsorge durch einen starken Sozialstaat. Und wann, wenn nicht jetzt, müssten wir das stärken? Und wann, wenn nicht jetzt, müssen wir darüber nachdenken, eine gerechte Verantwortung zur Finanzierung dieses Sozialstaates unter Krisenkosten zu bewerkstelligen? Da sind Sie ja erst bei zwei Milliarden. Ich sage jetzt nicht, dass die 38 alle schlagend werden. Da geht es auch zum Teil um Haftungen und Stundungen. Aber auch zwei Milliarden sind ja nur ein winziger Anteil von dem, was wir jetzt investieren müssen. Also nur mit der Vermögensteuer werden wir da auch nicht durchkommen. Ich sage Ihnen, was es wirklich braucht und ich habe es vorhin gesagt, ist das größte Konjunkturpaket und Investitionen in die Wirtschaft, die die Zweite Republik gesehen hat. Und zwar nicht erst in zwei Jahren. Es kostet wieder Geld natürlich. Ja, aber Sie wissen, dass es notwendig ist, weil die Wirtschaft braucht diese Ankurbelung, um sich selbst zu stabilisieren, um den Konkurs von vielen Unternehmen zu verhindern. Da geht es um kleine und mittlere Unternehmen, die nicht viele Reserven haben. Die muss man rasch stützen. Da geht es um intelligente und kluge Investitionen, auch in den Klimaschutz. Wir können den Klimaschutz ja nicht jetzt ad acta legen, weil Corona uns aus der Bahn geworfen hat. Da geht es um die klugen Investitionen in sauberen Verkehr, öffentlichen Verkehr wie Bahn. Da geht es um Investitionen in den Wohnbau. Wir haben zu wenig Wohnraum, wohnen wird immer teurer. Da kann man kluge Investitionen leisten, um mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. All diese Konzepte fehlen. Die Regierung hat hier wirklich versagt aus meiner Sicht. Ich weiß schon, dass Zahlen bei sowas immer sehr plakativ sind und nur ein übergeordnetes Muster. Aber haben Sie da eine Idee, wie viel müsste man da investieren? Also in welcher Größenordnung soll denn so ein Konjunkturpaket sein? Wissen Sie, das ist zu dimensionieren. Wir sind gerade am Anfang der Budget-Hearings und Verhandlungen im Parlament. Und wenn ich mir anschaue, dass der Herr Finanzminister bis zur heutigen Stunde nicht bereit war, ein aktuelles Budget auf den Tisch zu legen, sondern eine Fortschreibung aus dem Jahr 2019 budgetär im Parlament vorgelegt hat. Und Sie fragen mich jetzt, wie groß die Summe dessen sein soll. Das wäre genau seine Aufgabe. Ich kann nur sagen, und da kommen wir auf Bruno Kreisky zurück, wenn wir jetzt nicht hier investieren, die Wirtschaft stabilisieren, dann kostet das vielen Unternehmern Existenzen. In der Sekunde oder Minute, in der Stunde, wo wir hier sitzen, gehen Existenzen zugrunde. Und jeden Tag, wo man mehr darauf wartet, wird mehr davon zugrunde gehen. Und die Folgeschäden sind weitaus höhere, volkswirtschaftlich, sozial. Für mich ist es natürlich auch menschlich, ein Gebot der Stunde zu helfen. Vor allem, wenn ich an 600.000 Arbeitslose denke, die von einem Tag zum anderen arbeitslos geworden sind. Und die müssen wir auch unterstützen. Eine Frage noch zur Auer. Da ist ja jetzt die Diskussion, soll sie gerettet werden, ja oder nein? Wie soll sie gerettet werden? Soll der Staat einen Zuschuss geben? Soll sich der Staat daran beteiligen? Und da geht es ja um einen sehr, sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag. Wie ist Ihre Haltung dazu? Also die Austrian Airlines ist als Fluglinie wesentlich und wichtig für den Standort. Für den Standort des Flughafens Wien. Da geht es zum einen um das. Und da geht es natürlich um die vielen Arbeitsplätze, die an dieser Standortsicherung hängen. Das sind nicht nur die per se Arbeitsplätze der Fluglinie, das sind die Arbeitsplätze am Flughafen. Und ein Hub wie Wien, Flughafen Wien, der international so gut vernetzt und angebunden ist, ist natürlich auch ein Standort, der attraktiv wirtschaftlich ist. Für Forschung, für Entwicklung. Ich komme aus der Forschung. Ich weiß, wie attraktiv das für Forschungsinstitute ist. Also soll gerettet werden auf jeden Fall? Absolute, genau. Priorität politisch. Und wie? Investition. Könnte man bis zu einer Verstaatlichung gehen? Also ich sage, staatliche und öffentliche Förderungen und Unterstützungen in die Austrian Airlines sollen gemacht werden, aber nur, wenn sie als Beteiligung an der Auer dann auch enden. Und eine totale Verstaatlichung ist für Sie vorstellbar? Ich glaube, das ist, vorstellbar ist es, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Aber eine Beteiligung des österreichischen Staates an der Austrian Airlines in Form der Unterstützung, die wir jetzt finanziell geben zur Standortsicherheit, ist auf jeden Fall notwendig. Ohne dieser staatlichen Beteiligung sehe ich die Unterstützung schwierig. Sie haben schon mehrfach angesprochen, die unfassbar große Zahl der Arbeitslosen, die auch sicher noch wesentlich größer werden wird. Was ist denn da Ihre Lösung? Was soll man da machen, um wieder mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen, außer einem Konjunkturpaket und Ankurbelung der Wirtschaft? Sie haben ja über eine 30-Stunden-Woche nachgedacht. Ist das etwas, was auch dazu dient, dass man sagt, okay, es arbeiten mehr 30 Stunden, damit wesentlich mehr Leute wieder in Beschäftigung kommen? Ist das Ihr Ansatz dazu? Wäre das eine Lösung? Ich glaube, was es nicht gibt, und da gibt mir, glaube ich, jeder Wirtschaftsexperte recht, es gibt nicht eine Patentlösung. Die berühmte große Schraube, an der man dreht und alles ist gelöst, die gibt es nicht. Aber im ersten Schritt, weil Sie die Arbeitslosen angesprochen haben, das kann niemanden von uns kalt lassen, auch wenn wir selbst vielleicht nicht davon betroffen sind. 600.000 Arbeitslose, die größte Arbeitslosigkeit seit 1946, Zweiter Weltkrieg in Österreich. Und wenn wir die Kurzarbeiter zunehmen, dann ist es seit 1933 die größte Zahl, die wir hier haben. Das muss alarmieren. Und wir dürfen diese Menschen, möchte ich nur sagen, in einem ersten Schritt auch nicht allein lassen. Da geht es um Existenzsicherungen, weil wenn wir zulassen, dass diese Menschen, die von einem Tag zum anderen nur 55 Prozent ihres Ursprungslohns bekommen, von einem Tag zum anderen Fixkosten haben, vielleicht so schnell keinen Job mehr bekommen, in die Armut geraten, dann sind das Folgekosten für die Personen selbst, für ihre Kinder, für die Familien, die dem Staat und uns als Gesellschaft in Zukunft viel mehr kosten werden. Die zweite Frage von Ihnen dazu war, was kann man machen? Da braucht es mehrere Dinge. Und die 35-Stunden-Woche, wie kommen wir auf die Arbeitszeitverkürzung als wichtige Maßnahme? Wenn wir uns überlegen, dass wir allein in den letzten Wochen 200.000 Arbeitsplätze in Österreich verloren haben, dann müssen wir doch irgendwie überlegen und durch die Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten noch viele, viele mehr hunderttausende Arbeitsplätze. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die wenigere Arbeitsplätze, die zur Verfügung stehen, gerecht auf möglichst viele Menschen verteilen. Das Ziel muss sein, möglichst viele, wenn nicht alle Menschen in Beschäftigung zu bringen. Und eine Arbeitszeitverkürzung, das möchte ich schon noch ausführen, weil es wichtig ist, ist ein Beschäftigungsmotor. Ist ein Beschäftigungsmotor und wir haben ausgerechnet, und das ist die Arbeiterkammer, die das berechnet hat, allein die Einführung der 35-Stunden-Woche in Österreich würde 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Aber jetzt bin ich schon wieder bei der Frage, wer das zahlen soll. Ich meine, die Wirtschaft kracht eh wie ein Kaisersämmer, hätte ich fast gesagt, und Sie fordern eine Arbeitszeitverkürzung, aber gleichzeitig auch einen Mindestlohn in Ihrer Umfrage. Also wie soll sich das ausgehen? Aber Herr Koller, wenn wir 100.000 Arbeitslose haben, dann ist das ja nicht umsonst für das Land. 100.000 Arbeitslose, ich habe es mir ausgerechnet, weil mich keine Zahl dort kalt lässt und kein einziger Arbeitslose. Oder wie die Volkshilfe die Pfleger bezahlen sollen, wenn sie kürzer arbeiten und mehr verdienen. Ich meine, das ist ja wirklich eine handfeste finanzielle Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Aber es ist schon wichtig zu sehen, dass jeder Arbeitslose ist ja nicht umsonst. Das kostet uns als Gesellschaft und als Staat natürlich Geld, dem Sozialstaat. Und 100.000 Arbeitslose kosten um die 2 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist viel, viel Geld. Aber wie soll der Unternehmer das finanzieren? Also da ist es eine wichtige Frage, weil wir natürlich jetzt aufpassen müssen, dass wir die Wirtschaft in dieser Phase nicht zu sehr überbelasten mit solchen Ideen und mit solchen Maßnahmen. Und ich bin der festen Überzeugung, der Staat muss und soll diese schrittweise Arbeitszeitreduktion, die ein Beschäftigungsmotto ist und damit natürlich auch ein Konjunkturimpuls für die Wirtschaft in Folge, weil weniger Arbeitslose heißt auch mehr Konsum und mehr Konjunktur und bessere Wirtschaftssituation. Dass der Staat diesen Prozess und die Firmen dabei unterstützen soll. Finanziell unterstützen. Wie soll das gehen? Ende der 90er Jahre ist Frankreich bei einer zwölfprozentigen Arbeitslosigkeit gestanden. Das war damals eine Rekordarbeitslosigkeit. Österreich hat derzeit, glaube ich, auch eine zwölfprozentige Arbeitslosigkeit. Dort damals hat Frankreich genau das gemacht. Kluge Unterstützung und Förderung von Betrieben, die diesen schrittweise Umsetzung der 35-Stunden-Woche vollzogen hat. Es hat gut geklappt. Es war ein guter Beschäftigungsmotto. Und im Übrigen ist es auch, und da kommen wir auf das Muttertagsthema zu sprechen, Arbeit ist nicht nur unterschiedlich und unfair verteilt in unserem Land zwischen den Menschen, sondern auch zwischen Männern und Frauen. Und Sie wissen das ganz genau. Überstunden sind männlich, Teilzeit ist weiblich. Und genau das ist das Problem. Und wenn wir 35-Stunden-Wochen einführen, kommt es in Folge auch zu einer gerechteren Verteilung von Arbeit zwischen Männern und Frauen. Und damit zu einem Schließen dieses Gender Pay Gaps, der Lohnschere des Lohnunterschiedes von 20 Prozent derzeit zwischen Männern und Frauen und 40 Prozent Pensionsunterschied zwischen Männern und Frauen. Und das ist inakzeptabel. Damit wir Sie auf den Punkt bringen. Sie wollen eine 35-Stunden-Woche. Die Menschen sollen aber deswegen nicht weniger verdienen. Gleichbleibenden Lohn. Und das, was die Leute praktisch weniger an Arbeit leisten, das, was den Unternehmen als ein Entfall ist, das soll der Staat finanzieren. Ist das so? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich denke, dass es eine wirkliche Übergangsphase, eine schrittweise Übergangsphase geben muss, die staatlich und öffentlich finanziert und gefördert wird. Ich glaube nicht, dass man die Wirtschaft und die Unternehmen dabei allein lassen soll. Haben Sie Berechnungen, was das kosten könnte? Nein, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, weil das sind ja riesige Berechnungen. Vor allem, Sie müssen ja gegenrechnen, wenn Sie mehr Beschäftigung schaffen, schaffen Sie ja auch Impulse für die Wirtschaft. Da habe ich ja mehr kaufkräftige Menschen in Österreich, die ihr Gehalt natürlich in die Wirtschaft investieren. Ich brauche Ihnen das nicht erklären. Und das ist ja ein zusammenhängendes Gefäß. Also das muss ja immer als Ganzes gesehen werden. Ich kann ja nicht nur, wenn es um Menschen geht, um Arbeitslose geht, mir die Kosten zerbrechen im Kopf. Erinnern wir uns an 2009 und 2008 Finanzkrise. Damals war ich nicht in der Politik, aber Sie waren, glaube ich, beide schon Journalisten in diesem Land und haben die Finanzkrise begleitet. Damals wurden 100, und zwar mir nichts, hier nichts, 100 Milliarden allein in Österreich und viele mehr in ganz Europa zur Rettung der Banken ausgeschüttet. Und ich kann mich an keine Diskussion damals noch als Nicht-Politikerin erinnern, die die Frage gestellt hätte, wer kann sich das denn leisten? Es wurde gemacht, weil es notwendig war. Und immer wenn es um Menschen geht, um Arbeitslose geht, wird diese leidige Kostendebatte geführt. Und ich glaube, Corona sollte uns dazu bewegen, diese menschliche Kostendiskussion endlich aufzugeben. Ich möchte noch einmal zu Ihrer Umfrage zurück. Da haben also die Frage Arbeitszeitverkürzung... Sie meinen die Mitgliederumfrage? Was habe ich gesagt? Ja, Umfragen gibt es aber viele, also wir können noch andere Umfragen sagen. Nämlich zum Thema 4-Tage-Woche, also haben 66 Prozent für wichtig und sehr wichtig betrachtet, den höheren Mindestlohn aber 85 Prozent. Das ist doch wichtig. Viel, viel, viel mehr. Also müssen Sie doch nicht eine Umreihe Ihrer Prioritäten vornehmen. Die Arbeitszeitverkürzung ist den Leuten, also ihren Mitgliedern offenbar gar nicht so wichtig. Aber die 4-Tage-Woche, die hier abgefragt war, war die 4-Tage-Woche bei gleichbleibender Wochenarbeitszeit. Damals, wie wir die Fragen erstellt haben, war von Corona noch keine Spur. Wir wussten von den enormen sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die unser Land daraus haben wird, wussten wir damals noch nichts. Das heißt, Arbeitszeitverkürzung in Form der 35-Stunden-Woche wurde nicht abgefragt. Aber ja, es braucht natürlich einen Lohn, von dem man leben kann. Ich habe das im Wahlkampf immer wieder gefordert. Ich habe es laufend auch die letzten Monate gefordert. Man muss von der Arbeit gut leben können und wir bleiben dabei 1.700 Euro. Kommen wir vielleicht noch etwas zur Nachbetrachtung der letzten Wochen. Sie sind, was Epidemien betrifft, sicher eine der wenigen Expertinnen in Österreich. Jetzt will ich Sie deswegen schon auch fragen, hat da Österreich jetzt alles richtig gemacht? Hätte man es anders machen können? Hätten Sie da anders gehandelt? Also was den Lockdown betrifft, die Zeit, wie lange etwas geschlossen war, was geschlossen war? Nein, ich habe ja von Anfang an, übrigens glaube ich war ich die Erste, die Anfang Februar ja Maßnahmen gefordert hat, damals bei der Einreise am Flughafen von chinesischen Direkt-Airlines, dass hier Screenings erfolgen. Und war ich die Erste, auch die Anfang März die Schließung von Massenveranstaltungen gefordert hat, zum Schutz der Weiterverbreitung gegen Corona. Ich habe immer gesagt, was ich für notwendig und richtig erachte. Und was, glaube ich, im Zentrum eines guten Krisenmanagements stehen sollte, und das war leider aufgrund der zerschlagenen Struktur im Ministerium. Sie wissen, 2018 Ministerin Hattinger-Klein hat die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, das war mein Job auch früher, einfach abgeschafft. Sie hat die ganze Krisenmanagement-Struktur im Ministerium, im Gesundheitsministerium einfach aufgelöst. Also Sie müssen sich vorstellen, ein Gesundheitsministerium ohne Gesundheitssektion und ohne Gesundheitskrisenmanagement. Und ich glaube, dass es zentral ist, eine zentrale Koordination und Person zu haben, die zentral in Österreich über alle neun Bundesländer, über die Amtsärzte, über die Spitäler hier zentral das Vorgehen in dieser Krise koordiniert, den Überblick hat, wo alle Fäden zusammenlaufen auf der nationalen, aber auch auf der internationalen Ebene. Das ist eine Pandemie. Du musst in ständigem Austausch mit anderen europäischen Ländern und der Europäischen Kommission stehen, um die letzten Informationen zu haben. Das war das Erste. Ich habe immer von Anfang an gesagt, Preparedness, vorbereitet sein, ist das Um und Auf. Und habe auch vermisst, dass es einen klaren, sagen wir, Corona-Plan gibt, der allen eine quasi Handlungsanleitung in der operativen Umsetzung dieser Krise gibt. Und auch rechtzeitige Beschaffung von Tests. Das Allerwichtigste zum Beherrschen einer Krise und zum Beherrschen einer Infektionskrankheit ist, ein rasch und gut funktionierendes Infektionsüberwachungssystem. Das heißt, rasch erkennen, wo eine Infektion ist, Contact-Tracing, alle Kontaktpersonen testen, um damit die Ausbreitung zu verhindern. Das muss übrigens jetzt auch in der Phase der Lockerungen und gerade jetzt zur Vorbeugung und Verhinderung einer zweiten Welle ganz klar weiterhin etabliert bleiben, diese Wachsamkeit. Und das habe ich immer eingefordert. Also es ist zu viel über die Masse an Vorsichtsmaßnahmen passiert Ihrer Meinung nach und zu wenig in dem Contact-Tracing und in den Tests, die durchgeführt wurden? Nein, ich glaube, wir haben das gut, ich finde das gesundheitliche, müsste man jetzt sagen, rückblickend gesehen, ist es gut gegangen. Und dann muss man aber die Frage stellen, warum ist es gut gegangen? Es ist gut gegangen, weil Österreich ein gutes öffentliches Gesundheitssystem hat, mit super Ärztinnen und Ärzten, einem grandiosen Pflegepersonal, die top Arbeit geleistet haben. Im Gegensatz zu Italien, die ein schlecht finanziertes Gesundheitssystem haben. Großbritannien, die das NHS, das National Health Service haben, schlechtes Gesundheitssystem. Von den USA brauchen wir gar nicht reden, wo Massengräber in New York ausgehoben wird. Deswegen ist es gut gegangen und die Disziplin der Österreicherinnen und Österreicher in den letzten acht Wochen des Shutdowns, die sich großartig an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten haben. Das war das Geheimnis des Erfolgs und das hat gut funktioniert. Hätte es noch besser funktionieren können oder müssen wir auf eine zweite oder auf die nächste Krise besser vorbereitet sein? Sag ich ja. Es muss eigentlich noch schneller funktionieren. Die Tests waren aus meiner Sicht noch immer nicht so gut, wie sie flächendeckend sein sollten, das Testsystem. Und die Teststrategie, das habe ich auch immer gesagt. Und übrigens Vorgänge wie Tirol und Ischgl wird man sich sehr genau anschauen müssen. Was ist dort falsch gelaufen? Was ist dort überhaupt nicht gemacht worden? Was gemacht worden hätte sein müssen? Also wurde das Gesundheitsministerium darüber informiert rechtzeitig? Wer wusste davon? Also das darf nicht passieren. Ein zweites Ischgl darf in Österreich nicht vorkommen. Es wird an mancherorts das Beispiel Schweden als Vorbild herbeigeredet, weil dort offenbar weniger gesetzliche Maßnahmen, weniger strenge Maßnahmen durchgeführt worden sind. Halten Sie die Maßnahmen, die bei uns stattgefunden haben, also runterfahren der Wirtschaft, Schließung der Geschäfte, Schließung der Schulen, de facto Ausgangssperre. War das richtig oder hätte das auch anders geschehen können? Hätten Sie es anders gemacht, wenn Sie Kanzlerin wären oder Gesundheitsministerin? Es war richtig. Es war richtig und ich habe immer gesagt, dass das richtig war und habe es auch immer unterstützt, die Regierung dabei. Können wir Österreich eins zu eins mit einem Land wie Schweden in dieser Corona-Zeit vergleichen? Nein, können wir nicht. Wir haben derzeit und schauen wir uns die Fakten an und ich glaube, die sind wenige Stunden alt, die Zahlen, die ich da kenne. Da hat Schweden eine Zahl von über 3000 Todesfällen. Österreich steht bei 600 Corona-Toten. Das ist ein großer Unterschied. Da rede ich noch gar nicht von den Infizierten und von den Erkrankten. Schweden hat eine ganz andere Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsdichte. Ich glaube, nur ein Fünftel der österreichischen Bevölkerungsdichte, also ungefähr 23 pro Quadratkilometer. Und wir sind über 100 pro Quadratkilometer in Österreich. Und die Bevölkerungsdichte ist das bestimmende oder einer der bestimmenden Faktoren, wie schnell sich eine Infektionskrankheit, die ja von Mensch zu Mensch übertragen ist, und gerade Corona ist sehr infektiös, ausbreiten kann. Und da hat Schweden eine ganz andere Grundvoraussetzung gehabt. Aber Sie waren ja immer auch sehr skeptisch, was Schulschließungen für unter 14-Jährige betroffen hat. Und Sie hätten jetzt auch eine frühere Schulöffnung befürwortet. Warum? Wissen Sie, was ich da vor allem jetzt die Öffnung der Schulen betreffend eingefordert habe? Und das fordere ich nach wie vor ein. Ich fordere Transparenz ein. Diese Jahrhundertkrise hat eines bewirkt, dass wir innerhalb kürzester Zeit große Vollmachten der Regierung gegeben haben. Große Vollmachten, die ihnen ermöglicht hat, unsere Freiheiten, mit dem Vorwand natürlich, das ist infektionsschutzmäßig notwendig, unsere Freiheiten einzuschränken und auch die Schulen zu schließen etc. Und da erwarte ich mir gerade bei solchen Maßnahmen höchste Transparenz, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Offenlegung der Studien, der Expertenmeinungen, auch der gegenteiligen, kritischen Expertenmeinungen, die wird sicher gegeben haben in diesen Expertenstäben. Das ist nicht erfolgt. Es gab zahlreiche Pressekonferenzen und ich habe genau zugehört. Es wurde nicht ganz genau erklärt, warum die Schulen am Schluss geöffnet werden und Baumärkte und Golfplätze zu Beginn der Öffnung unterlocken. Aber das sind wichtige, wichtige, notwendige Informationen. Weil wir als Gesellschaft sind davon betroffen. Und wenn ich jetzt höre, dass Expertinnen und Experten, Virologen, Infektiologen sagen, dass das Coronavirus nicht von einem Tag zum anderen verschwinden wird und vielleicht bis ein Impfstoff da ist und ein Impfstoff wird keine Wunder bewirken, sage ich noch dazu, kann uns das Virus vielleicht noch einige Jahre begleiten weltweit, auch wenn wir jetzt gute Zahlen in Österreich haben, dann frage ich mich schon, was heißt das für die nächsten Monate und Jahre für unsere Gesellschaft? Bleiben die Schulen jetzt im Halbwochenmodus auch im Herbst? Bleiben ältere Leute weiter isoliert und haben keinen Zugang am Muttertag, wie heute an ihren Geburtstagen zu ihren Enkelkindern und Kindern? Und da geht es um mehr als Gesundheitsschutz. Und das will ich nur, da braucht es einen gesellschaftlichen Diskurs. Und ich bin Ärztin und traue mich das trotzdem zu sagen. Weil es geht nicht nur rein um den virologischen Schutz, um den Gesundheitsschutz, der hier zu debattieren und zu entscheiden ist, sondern die Bedürfnisse der Gesellschaft, der Älteren, der Schülerinnen, der Mütter, der Eltern, der anderen Interessensgruppen, der Künstlerinnen und Künstler unseres Landes. Die müssen an einen Tisch geholt werden, vor allem wenn uns eine Perspektive von mehreren Jahren ins Haus steht. Das geht nur in einem offenen, gemeinsamen demokratischen Diskurs. Wo es derzeit ja mehr Druck als bei Besuchen in Altersheimen gibt, ist Punkt der Öffnung für den Tourismus. Wie sehen Sie denn das? Druck von wo, stellt sich die Frage? Also Österreich lebt in vielen Bereichen vom Tourismus. Es ist ein wirtschaftlicher Druck. Es ist ein großer wirtschaftlicher Druck vorhanden. Was passiert im Sommer? Was passiert mit einer Stadt wie Wien? Die wird nicht auf Dauer ohne Touristen ihre Betriebe überleben können. Wie sehen Sie das? Kann man da, wenn man Ischgl im Auge hat, Sie haben das vorher angesprochen. Wann kann man da die Grenzen öffnen? Wann ist das vertretbar, wieder einen normalen Tourismus einzuführen? Alles spekulativ. Also jeder, der glaubt hier, eine klare Angabe und Aussage mit hundertprozentiger Sicherheit zu machen, irrt und hat quasi auch nicht recht. Alles, was man dazu sagen kann, ist hoch spekulativ. Man kann nur sagen, wir haben jetzt ungefähr eine Zahl von 20 Neuerkrankungen pro Tag. Vergleichen wir das zum März. Da waren es 900 pro Tag neue Fälle. Wir haben uns extrem gebessert. De facto gibt es so gut wie keine Viruszirkulation mehr in Österreich. Das ist eine gute Nachricht. Aber die schlechte ist, solange das Virus weltweit und um uns herum zirkuliert, laufen wir permanent Gefahr, dass das Virus wieder eingeschleppt wird und zu neuerlichen Mini-Ausbrüchen führt, die man natürlich schnell entdecken muss und verhindern muss, dass es eine große zweite Welle wird. Und ich hoffe, die Bundesregierung hat Vorkehrungen dafür getroffen. Das heißt, man kann das nicht generell beantworten. Jetzt die Diskussionen, die bezüglich Deutschland und deutschen Touristen schon, glaube ich, vor zwei Wochen begonnen hat, die ist insofern interessant, als Deutschland ja eine ganz ähnliche und vergleichbare Situation hat, was die Epidemiologie und die Erfolge gegen das Coronavirus betrifft. Daher sehe ich es dort eigentlich, und das sagen auch einige andere Infektiologen so, eigentlich zulässig in diese Richtung zu denken, zu Deutschland zu öffnen, weil die Deutschen eine ähnlich gute Situation haben. Aber weltweit zu öffnen, das sehe ich derzeit nicht. Wir haben leider nur noch ganz wenig Zeit. Wir könnten sicher noch lange darüber reden. Deswegen noch eine ganz kurze Frage. Das bewegt schon sehr viele Menschen, weil es auch lästig ist. Wie sehen Sie diese Maskenpflicht? Es gibt auch unter Experten unterschiedliche Meinungen. Halten Sie es für sinnvoll? Oder ist es einfach nur auch ein Symbol für die Menschen, dass sie weiter Abstand halten? Nein, die Maske ist weitaus mehr als ein Symbol. Und ich habe mich auch in der Akutphase und Beginn der Lockerungsphase dafür ausgesprochen. Ich denke nur jetzt, angesichts der wirklich günstigen und positiven Entwicklung, kann man natürlich auch in diesem Bereich zu Lockerungen kommen. Vor allem jetzt aus Expertinnen-Sicht gesprochen, alles, was sich im Freien abspielt. Also da halte ich jetzt angesichts der wirklich günstigen Coronavirus-Situation das Tragen von Masken nicht mehr sehr notwendig. Aber sehr wohl das Abstand halten. Das Abstand halten muss nach wie vor aufrecht bleiben. Und auch die hygienischen Händewasch- und Desinfektionsrichtlinien sollten eingehalten werden. Also das gilt dann für Gastgärten, die im Freien sind, Veranstaltungen, die im Freien sind. Bäder, die jetzt wahrscheinlich bald öffnen. Für alle diese freien Veranstaltungen braucht es, glaube ich, keine Masken derzeit. Rendi Wagner, herzlichen Dank für die Antworten auf die vielen Fragen. Wir hätten noch einige mehr gehabt. Leider ist die Zeit zu Ende. Andreas Koller, vielen Dank fürs Fragen stellen. Ich wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Sonntag. Was die Corona-Krise für den Staatshaushalt bedeutet, damit beschäftigt sich nun auch das Parlamentsmagazin Hohes Haus. Der türkis-grüne Budgetentwurf, der liegt nun vor, coronabedingt mit tiefroten Zahlen. Ende Mai soll in der Nationalrat beschließen, was da auf uns zukommt. Darüber spricht Fritz Jungmeier mit Vizekanzler Kogler. Bleiben Sie also dran. Und wenn Sie nicht von Anfang an dabei waren, etwas nachhören wollen oder uns empfehlen wollen, die Pressestunde, die gibt es jetzt auch im Podcast zu hören, auf allen gängigen Plattformen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.